Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Der frühere Nationalspieler muss nach seinem Eingriff in einer Kölner HNO-Klinik weiter eine Fußballpause einlegen. Podosselski auf Twitter, ich habe mich erfolgreich einer Op unterzogen. Es wird etwas down, aber ich hoffe, ich bin bald wieder fit. Auf den Fotos liegt der Profi des japanischen Erstligisten Visal Kube im Krankenbett, er hat einen Kopf verbannt, sein rechtes Ohr ist abgedeckt. Podosselski hebt beide Daumen, zeigt an, alles gut.